Gleich werden Sie sehen, wie ein kleiner Junge träumt, was für fantastische Abenteuer auf ihn warten, im neuen Euro-Disney-Vergnügungspark Frankreich, in der Nähe von Paris. Er brüllte vor Freude und hüpfte nach Hause. Und Pooh sagte, Hurra, endlich sind wir wieder alle beiseite. Paul! Paul, schläfst du? Oh, guck doch da unten, er sieht fantastisch aus. Die Vögel, Peter, Kai, Wendy, Elefanten. Wundervoll. Oh, Dumpfung. Ja, tatsächlich. Schau doch, Karl. Hast du gesehen, wie der Elefant fliegt? Ich glaube, uns erwarten noch viele Überraschungen. Ja. Komm zurück, Dumpfung. Oh, wenn's noch? Puh, sieh doch nur. Oh. Wo sind wir? Oh, Janna. Hallo, willkommen. Willkommen. Komm. Wie jetzt. Ja, so. Viel Spaß und heute gesehen. Danke. Für dein Dich im Paradies. Guck doch. Hast du gesehen, Schatz? Na, gefällt euch? Dich im Paradies. Hallo. Hallo. Darf ich dir meine Freunde vorstellen? Das hier ist der Chef. Brombeer. Tag, Brombeer. Brombeer. Oh, dies ist Happy. Und das hier sind Hatschi, Schlafmütz und Pimpel und Zäppel. Das ist lustig. Oh, ist das süß. ... Oh, das ist... ... ... Alles anschnallen, Leute, und auf geht's! Alles anschnallen, Leute! Alles anschnallen, Leute, und auf geht's! Alles anschnallen, Leute, und auf geht's! Euro-Disney. Ein Traum wird wahr. 1992.